Liebe Leute, servus. Ich finde, dass unsere liberale Demokratie als andere als selbstverständlich ist. Wenn man sich die Geschichte von Europa anschaut, dann muss man sagen, dass wir jetzt nach 70 Jahren, oder ein bisschen mehr als 70 Jahren, Gewöhnung an die Demokratie, uns gut überlegen sollten, ob wir uns das Recht herausnehmen, ganz selbstverständlich die Errungenschaften dieser Demokratie mit Füßen zu treten. Deswegen sage ich, man kann sich aufregen, man darf auf die Straße gehen, man darf sich beschweren und man darf er demonstrieren gegen Ungerechtigkeit. Aber bitte, bitte, nicht eine Partei wählen, die ganz offen antidemokratische Züge trägt. Danke, servus.